Willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und hier nur ein kleines Ansage-Video, habe ich mir gedacht, einfach so aus Spaß, nehmen das einfach nicht zu ernst. Ich möchte euch nochmal ganz kurz meine neue Location hier zeigen mit dem Kane, der hat jetzt hier die Lichter-Kette um den Hals rum und die geht einmal ganz um das, äh, was ist das überhaupt, um die Pinnwand. Ihr habt dann noch Team Gelb, Deadpool, Team Gelb, Team Gelb, alles mögliche, Pikachu, ganz viele Google Play Cards, da hinten hängt auch irgendwo der Adi rum, genau, hinter mir rendert gerade ein Video und spiele drin, hau doch immer die Videos hoch, das müsst ihr für morgen wissen, ja, immer vor dem Sea Day, das müsst ihr für morgen wissen. Aber ich habe auch eine Ankündigung zu machen, nämlich für die nächsten zwei Sea Days, sprich, also am Samstag den und am Sonntag den, haben wir nämlich was vor, wir haben in letzter Zeit ja am Wochenende immer diese Raids für Zuschauer gemacht, Raids für Zuschauer gehostet, jetzt ganz kurz wurde angekündigt, dass das Regi-Trio zurückkommt, Regi-Rock, Regi-Stil, Regi-Eis, angefangen mit Regi-Rock, eben an diesem Sea Day-Wochenende, sprich, ich werde nicht nur einen Sea Day-Stream machen von 11 bis 17 Uhr an beiden Tagen, wo ihr mitmachen könnt, reinschauen könnt, wir zusammen zocken, spielen, labern, Fragen beantworten, ich werde das kombinieren mit Raids für Zuschauer und werde an diesen beiden Sea Day-Tagen jeweils von 11 bis 17 Uhr mit Hilfe meiner Mods, mal gucken wer Zeit hat, Regi-Rock-Raids hosten. Beim letzten Mal hat das ja sehr gut geklappt, da kamen einige in den Chat rein, denen haben wir immer den Trainer-Code gegeben, die haben dann diese Accounts geaddet und der Reihenfolge nach wurden die immer eingeladen, 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 Tobi hatte 5 gemacht, ich habe 5 gemacht oder der, der da ist, hat 5 gemacht, ich habe 5 gemacht, sodass immer 10 Leute zusammen den aktuellen Raid-Boss besiegen konnten. Das werden wir dieses Mal auch machen, das ist auf jeden Fall fett, das als kleines Schmangerl, deswegen merkt euch morgen nicht nur XXL Sea Day-Stream 6 Stunden, sondern gleichzeitig auch Raids für Zuschauer 6 Stunden. Regi-Rock, Sonntag auch wieder 6 Stunden Regi-Rock und nächste Woche ist ja dann kein Sea Day mehr, aber werde ich auch versuchen wieder Raids für Zuschauer zu hosten, dann mit Regi-Steel. 2 Mal Samstag und Sonntag, schaltet also ein, wenn ihr noch ein Gutes braucht, wenn ihr noch gar keins habt oder wenn ihr noch ein Shiny sucht von beiden, alles Weitere seht ihr dann im Chat, wie das abläuft. Und was wichtig ist, wenn man nicht so, wenn man so einen catchy Spiele-Trend-Titel hat, braucht man natürlich noch ein catchy Thumbnail, eins, wo die ganzen YouTuber natürlich immer künstlich gestellt gucken oder posieren, das müssen wir auch rein machen, aber weil wir da Ramses sind, guckt man einfach mal nicht ansprechend, sondern unansprechend, das sieht dann ungefähr so aus. Das müsste jetzt reichen für das Thumbnail und dann oben einfach alles, was ihr für morgen und übermorgen wissen müsst. Ist das nicht eine geile Idee? Das laden wir jetzt auf jeden Fall hoch. Ich bin gespannt, wer morgen dabei ist. Wie gesagt, 11 Uhr geht's los. Vergesst nicht, morgen auch eure Geschenke aufzumachen. Ich werde heute Abend jedem, mit dem ich aufsteige, noch Geschenke schicken. Dann wieder Hyperfreunde, beste Freunde beim C-Day. Mal gucken, wer danach am Sonntag auch noch aufsteigt. Also morgen Aufstiege, Raids, XL-Bombom sammeln. Sei dabei, wenn ihr Bock habt. Ansonsten freue ich mich auf der, der da ist oder auf Thomas oder auf Jan-Tobias. Mal gucken, wer mitmachen kann. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut euer Ramses. Bis dahin.